Jeden Tag reise ich zwischen zwei Welten hin und her, dem Bücherschreiben und der Geschichtswurchtung. Wenn ich am Schreibtisch sitze, in unserem 450 Jahre alten Fachwerkhaus, sehe ich die Ritzungen der mittelalterlichen Handwerker in dem Holzbalken. Dann sind die vergangenen Zeiten ganz nah. Lese ich auf der Website der Autorin Barbara Ellermeyer. Dieser Tage ist ihr kleines, besonderes Buch. Sophie Scholl, Lesen ist Freiheit, im Verlag Bene, in der zweiten Auflage nach 2018. Die Historikerin Barbara Ellermeyer war eine der ersten, die in dem gesamten Nachlass der Familie Scholl und ihrer Weggefährten recherchieren durfte. 2012 erschien ihre Biografie über Hans Scholl. Mit dem Buch Sophie Scholl, Lesen ist Freiheit, nähert sich die Autorin der Widerstandskämpferin auf ganz persönliche und berührende Weise. Meine Freiheit heimlich zu genießen, bereitet mir tiefes Vergnügen, so Sophie Scholl. Ja, die junge Frau entdeckt im Lesen von Büchern und Texten ihre ganz eigene Freiheit, die ihr keiner nimmt. Ab April 1941 muss sie ihren Reichsarbeitsdienst ableisten. Nur so kann Sophie ihr ersehntes Studium der Biologie in München beginnen. Eingesperrt, abgeschottet von ihrer Welt, muss sie tagtäglich den Stumpfsinn der Nazidiktatur ertragen. Am 6. April 1941 steigt Sophie Scholl in den Zug, der sie von Ulm nach Mengen bei Sigmaringen bringt. Von dort aus geht es weiter nach Krauchenwies, einem winzigen Nest 30 Kilometer nördlich des Bodensees. In einem teils baufälligen, ungeheizten Landschlösschen trifft die 19-Jährige auf 60 bis 80 andere junge Frauen. Das eiserne Tor schließt sich hinter ihnen. Während der kommenden acht Wochen werden sie den Schlossbezirk nicht verlassen dürfen. Keine Besuche daheim. Keiner darf sie besuchen. Keine Essenspakete von zu Hause. Aus den jungen Frauen sollen Arbeitsmeiden gemacht werden. RAD, Reichsarbeitsdienst, heißt diese Erziehungsmethode der Nationalsozialistischen Partei, die Deutschland seit 1933 regiert. Im Lager sollen die jungen Menschen geschmiedet werden. Frühsport ab 6 Uhr, gemeinsames Hochziehen der Hakenkreuzfahne zum Hitlergruß, Frühstück, dann mehr oder weniger sinnvolle Büroarbeit, Mittagessen, Arbeit, dann Abendessen, Schulungen, Volkstänze, Spiele oder Basteln. Nach zwei Monaten folgt der Außendienst. Nicht nur die harte körperliche Arbeit, beim Bauern oder kinderreichen Familien soll alle im Lager zu einer gefügigen Gruppe zusammenschweißen, sondern auch das gemeinsame Hören der Nachrichten und die sogenannten weltanschaulichen Schulungen am Abend. Todgeschlagene Zeit, schreibt Sophie, ein ziemlich unordentlicher Anfang. Es herrsche allgemeines Heulen und Zähneklappern, Heimweh und Kälte. Nachts friert Sophie in ihrem Hochbett. Unten trippeln die Mäuse durch den Schlafsaal. Warst du noch nicht rebellisch in deinem Verein? Will Sophies kleine Freundin Evi Nägele wissen? Das Kind ist eine der ersten, die ihr schreiben. Die Arbeitsmeiden dürfen keine Bücher besitzen. Sophie erbittet welche von zu Hause. Die Arbeitsmeiden sollen keine Pakete empfangen. Sophie schreibt der Mutter, was sie braucht. Abends ist Bettruhe. Sophie liest mithilfe der Taschenlampe ihre Bücher. Wenn Sophie das Bedürfnis hat, sich mit jemandem zu unterhalten, schreibt sie lange Briefe. Als sich das Lagertor hinter Sophie schließt, liegen Wochen und Monate vor ihr, in denen sie nicht allein sein darf. Wochen und Monate, in denen sie vorgeschrieben bekommt, was sie lernen soll. Wie ihr Tag gestaltet ist. Was sie lesen darf und was nicht. Sophie Scholz Briefe aus diesen April-Tagen 1941 berichten davon, wie ihr Bücher und schriftliche Gespräche über Literatur helfen, diese Zeit im Lager zu überstehen. Fast verzweifelt bemüht sich die freiheitsliebende junge Frau, den Kontakt zu Eltern, Geschwistern und Freunden zu halten. Ihre Briefe bleiben die einzige Verbindung zur Außenwelt. Die ältere Schwester Inge versorgt ihre Geschwister und Freunde mit Literatur. Im Oktober 1941 entsteht ein Rundbrief, Briefkreis, als Ersatz für die gemeinsamen Lesestunden. Das soll den Schollgeschwistern den Alltag erhellen. In ihrer Kaserne, an der Front, im Arbeitslager, in der Munitionsfabrik und im Kriegshilfsdienst. Die Autorin versammelt in dem kleinen Band Tagebucheinträge von Sophie und Auszüge aus Briefen an die Geschwister und Freunde. Auch Antworten, alles verbunden mit berührenden Zeichnungen. So lernt der Leser gleichermaßen Sophie Scholz als Künstlerin kennen. Barbara Ellermeyer gibt begleitend Hinweise zu biografischen und geschichtlichen Fakten. So schreibt Sophie am 25. April 1941 an ihre Schwester Inge. Gestern durfte ich nach Sigmaringen, um Karton einzukaufen. Sonst durfte keiner Arbeitsmeid das Lager verlassen ohne Begleitung. Und da war ich von 8 bis 12 wieder einmal frei. Ich bekam ein Vesper mit Wurst und Butter des Stabs dick belegt und setzte mich irgendwo im Wald hin und wesperte und ließ mir wohl sein. Das war mein schönster Tag bisher. Die Straße bis Sigmaringen führt fast die ganze Zeit durch Wald. Es ist eine sehr schöne Spazierfahrt. Für die Bücher bin ich sehr dankbar. Es ist zwar verboten, eigene zu haben. Auch Bibeln mussten heimgeschickt werden. Aber bei mir sagte die Führerin nur, ich solle sie in den Spind tun. Ihr könnt euch denken, dass ich mir in ihrer Gunst so halb vorkomme, wie im Glashaus, das jeden Augenblick zerbrechen kann. Brief von Sophia und ihre Schwester Inge vom 27. April 1941. Wenn du nämlich hier nicht besondere kleine feste Arbeiten hast, dann versinkst du im allgemeinen Trubel. Bisher waren diese kleinen Stützpunkte das abendliche kalte Abduschen und das abendliche Lesen. Die werden es natürlich auch weiterhin sein. Ich muss gestehen, dass ich im Augustinius erst am Abschnitt 32 bin. Aber es reicht beim besten Willen nicht mehr. Und immer wieder zeigt sich, Lesen ist Freiheit. Aus den wichtigen Texten, die Sophie Scholl begleitet haben, schöpfte sie Mut und die Kraft, sich für ein unbeschwertes Leben ohne Unterdrückung und Krieg einzusetzen. Ein wichtiges Buch zum immer wieder drin Lesen und Innehalten. Auch als Anregung zum Entdecken neuer oder vergessener Texte. Die Autorin hat die Bücher, die Sophie Scholl zwischen 1940 und 1943 gelesen hat, auf zwei Seiten zusammengestellt. Am 9. Mai jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag von Sophie Scholl. Nicht nur das Buch erscheint in Erinnerung an Sophies Kampf gegen das Naziregime. Am 6. Mai erscheint eine Sonderbriefmarke, die das Deutsche Postamt im Rathausfoyer Forchtenberg, dem Geburtshaus von Sophie Scholl, zusammen mit dem Ersttagsbrief mit Sonderstempel des Geburtsortes anbieten wird.